Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 6. So, wir machen ein paar Harmonie-Missionen. Wie findet ihr das? Mir wurden ein paar Tipps gegeben und... Was, was, was? Achso, zu viele Mitglieder. Dann muss Irina wohl leider kurz raus. Wir müssen sowieso... Ich glaube, also ich schätze, ich weiß nicht genau, wie viele Harmonie-Missionen wir machen müssen. Aber wenn wir ein bisschen an einem Ghost-Walker-Build arbeiten wollen... ...brauchen wir bestimmte Leute. Ich habe erfahren, dass die beiden, die wir in der letzten Harmonie-Mission gerettet haben, also Silica und Rock, auch etwas mit einem solchen Skill zu tun haben. Someone hier zu besuchen! Ist das über eine neue Mission? Uh, ja. Was ist falsch, Commander? Du bist nicht so wie dein usualer Freund. Wenn ein Freund von Mustache-Musschen hat Probleme, vielleicht Tatsu kann helfen. Right. Wir sind allein hier, ja? Nur deine Team? Ja, nur die du hier sehen. Okay, dann. Okay, dann. This mission is sensitive stuff. Need to know for your years only, etc. All right? What is it? Come on, yes. I won't beat around the bush. Nagi's gone missing. It's been six hours since we lost contact. He was out inspecting the life hold remain we found in Primordia. Wait a sec. He did not go out there alone. He had a team of Harriers escorting him. Their last transmission was in combat with the ganglion. And then nothing. Which I'm sure you'll agree does not boat well. At the same time we don't want to jump to any conclusions. Especially ones that could start a panic. Hey, kläre dich kurz an zum neuen Verteidigungsminister. Der weiße Wal als Trophäe. Cool. Suchen wir nach Nagi. Wir gehen kurz mal raus, um zu checken, ob ich irgendeine Sammelmission annehmen kann, um ein bisschen gratis was abzustauben. Und dann suchen wir Nagi. Gucken, was der sich für Scheiße eingebrockt hat. Vielleicht werden wir ja dann mal ein bisschen warm mit dem. Was nach mir geht, der kann aber verrecken. Wir wären wirklich ein besserer Verteidigungsminister als Nagi. 10.000 Einheit Miranion und bringe sie zu Mei Mei. Joink. Aha. Klick. Miranion, noch nichts gekommen. Aber wenn wir einen Schub kriegen, dann könnten wir das ja mal zu Mei Mei bringen. All righty then. Springen wir nach Primordia. Wo ist mein verdammter Stift schon wieder? Egal. So, okay. Wo springen wir denn hin? Nordwinkelküste. Das ist weit, ja, das ist weit am Rand. Okay. Ich habe in Primordia immer noch eine Sonde nicht. Was ist denn da los? Hopp, Kamera eingestellt. Feuer! Ah. Aha. Wait for it. Feuer! Schon kann einer den Phoenix einsetzen. Ich weiß, ich habe die ein paar Mal ausgerüstet. Was ist denn das für ein Mistvieh? Gib da drauf! Klick. Fehlbehalten. Blood Labels Winger. Das waren aber nicht wir. All right. Und wenn wir gerade schon mal da sind, will ich auch auf diese komische Spitze hier gucken. Was ist das denn? Können wir da irgendwie runterdonnern? Was ist das denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ja. Yeah. Da oben drauf irgendwas Schönes. Nö? Ich kann das nur... Oh! Miranium-Einheiten, ha? Egal, wir machen das mit Nagi fertig und dann bringen wir das Miranium zu Mei Mei. Was jetzt hier? Aha. Huh! Das sieht nicht gut aus. Vielleicht liegt es an den Explosionen, dass da Restwärme ist. Hey! Nagi, mein Mann! Das ist alles, Herr? Es war nicht genug, um sie zu retten. Ich habe Soldaten verloren. Ein guter. Die Harriere waren deine Escort, Herr. Sie haben dich lebend, war ihre Mission. Ich bin sicher, dass sie keine Regenungen haben. Er hat niemals gesagt, dass das passieren würde. Mit Respekt, sich mit denjenigen, die noch nicht mit uns kommen wird, nicht mehr zu kommen, Herr. Aber Tatsu ist glücklich, dass die Sekretärin sicher ist. Team Tatsu sollte schnell und sagen, Mustache-Man. Ich glaube, du bist richtig. Mach mal, zurück in die Stadt und schreibe ein Report auf all das. Sie sind nicht mit uns, Herr? Es gibt etwas, was ich erst muss. Ich werde trotzdem nicht mit ihm warm. Ich werde das, bis Sie alle wiederholen sind. Bis dann, schau mal, Herr. Das ging schnell. Aha. Aha. Die Vision Regierung. Klasse Elite-Duell Land plus Verwaltungsbezirke. Charakterbeschreibung. Kentaro Nagi ist der ehemalige Käpt'n des Weißen Wals und heutige Verteidigungsminister von New Los Angeles. Er kommt stets direkt zur Sache. Die Organisation Blade liegt ihm sehr am Herzen. Er ist außerdem Jaejutsu-Meister und Gerüchten zufolge der beste Kämpfer in ganz NLA. Und genau deswegen hätte ich den Mann gerne im Team. Kampfstil. Nagi ist ein fähiger Kämpfer, der mehrere Vereine auf einmal anzugehen weiß. Sein Kampfstil kommt dem eines Elite-Duellamten am nächsten. Individuelle Technik 1, Todesblüten-Tanz, Individuelle 2, wahrer Klingenstrom. You know what it means. Wahrer Klingenstrom erlernt. Cool. Das ist allerdings nicht die, die ich wollte. Obwohl auch sehr nice. Okay. Dann warpen wir jetzt... Das ging ja sehr schnell. Dann warpen wir jetzt aufs Manon-Schiff. Reisepunkt kann mit einem Scale nicht erreicht werden. Dann steig halt aus, während du warpst. Meine Güte. Das ist doch wohl jetzt nicht die Schwierigkeit. Okay. Normalerweise spawnen die Scales auch immer hinter uns. Drecks egal. Egal, da ist die Tante. Hallo. Äh, hallo. Ja, willkommen in der Finanzgruppe Glitzer und Funke. Du bist hier, um Miranium einzutauschen, habe ich recht. Als Bronzerpacker kommst du für einen Wechselkurs von 200.000 Credits für 10.100 Miranium-Verlockendes Angebot, nicht wahr? Äh, ähm, kommen wir ins Geschäft? Ja. Nice. Wie war das mit Bonus-Mitglied? Zusammen bringen wir das Geschäft zum Boomen. Aber vor allem will ich, dass du zufrieden bist, weißt du? Dein Wechselkurs hat sich verbessert, falls du also Miranium zu verkaufen hast. Die Einzelheiten kannst du am Missionsterminal nachlesen. Alrighty then. Bin im Fall, wenn du dein Geld gar nicht so interessiert, kannst du es mir trotzdem verkaufen, um Silberpartner zu werden. Verstehst du? Ja, okay. Wollt ja nur sicher gehen. Bye. Ach, warum laufe ich eigentlich? So. Nagi ist oft am Blade Tower zu finden. Wir latschen genau dort einmal hin. Oder zumindest besser sagen wir warpen dorthin. Nagi, my man. Ah, ich hab dich gesucht. Mit deiner Zustimmung würde ich mich gern deinem Team anschließen. Du weißt schon. Mal aus der Stadt raus und den Alltag eines Blade-Soldaten erleben. Man verliert einfach den Biss, wenn man die ganze Zeit hinter dem Schreibtisch sitzt. Ich werde wärmer mit ihm. Ich kann es mir nicht leisten, vollends einzurosten. Was sagst du? Ausgezeichnet. Betrachte mich auf Einsätzen einfach als gewöhnlichen Teamkameraden. Alle Förmlichkeiten beiseite. Befehle mich, wie es dir angemessen erscheint. 33, erlegte Duellen. Plus Rang 4. All right. Als allererstes sollten wir ihn dann wohl skillen. Das mache ich dann aber offscreen. Ähm, was ist das hier? Stella, den Namen kenne ich doch. Oh, perfektes Timing. Gerade wollte ich dem Quartier einen Besuch abstatten, um nach ihnen zu suchen. Ich habe eine streng geheime Mission für Sie. Anweisung von Generaldirektors persönlich. Nacht und Nebel. Wissen Sie, Sie wissen schon. Hätten Sie einen Augenblick Zeit? Fantastisch. Also, uns liegt ein Bericht von einem Kurator aus dem Noctilum vor. Demzufolge haben sich mehrere Gängel und Truppen am Eingang der Schnuppt des Toten Mannes versammelt. Ihre Ausrüstung nach zu urteilen, könnte es sich um Forscher bei einer Feldbegehung oder etwas Ähnliches handeln. Das bedeutet, dass sich dort etwas Wichtiges befinden muss. Vielleicht hat es mit dem großen Scale zu tun, den ihr Team dort bergen konnte. Soweit jedenfalls Generaldirektor Chaussons Theorie. Er möchte, dass Sie sich vor Ort umsehen und herausfinden, hinter was genau die Gängelion her sind. Cool. Ausgezeichnet. Ich verstehe, warum der Generaldirektor Sie für diese Aufgabe ausgewählt hat. Weil ich Ja gesagt habe? Dann versorge ich Sie jetzt mit allen notwendigen Details. Oh Gott. Ah, okay. Gut. Das sind Details, die sind okay. Mit dem Gebiet sind Sie ja bereits vertraut. Verlaufen werden Sie sich also sicher nicht. Aber seien Sie dennoch vorsichtig. Ich werde hier auf Ihren Bericht warten. Ciao. All righty then. Was ist hier sonst noch? Jetzt nämlich einige Missionen. Einige Missionen. Einige Missionen. War das die hier? Mit Leib und Seele. Schließe Kapitel 10 ab. Und wir müssen mit Nagi noch ein bisschen wärmer werden. Das habe ich vor. Das habe ich vor. Hey. Hier muss doch eine... Ah, da. Mit Dark. Dark interessiert uns nicht. Wie sieht das aus mit dem Wechselkurs? Miranium. 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 Miranium zu verkaufen. Hey, ihr Lappen. Miranium. 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 Tada. Sonnengrille. All right. Nagi hat ja jetzt auch keinen großartigen Rückstand. Genau. Ja gut, also... Ich werde Nagi offscreen ein bisschen trimmen. Und dann melden wir uns zurück in der nächsten Folge. Okay? Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen, meine lieben Freunde. Vergesst den Multiplayer-Wahnsinn am Wochenende nicht. Ich bin raus für heute. Blank out. Ich bin raus.